Hier rechts ist die Karthalle vom Sicherheitszentrum, da hinten, wo Volkswagen Sachsen dran steht. Da geht es über eine Brücke ins Omega, dass du in den Innenring kommst von der Rennstrecke. Hier haben sie ein paar Lotus 7 stehen, wie es aussieht. Können wir hier mal rein gehen. Hallo, wir begrüßen euch. Wir sind heute beim Sachsenring, Ronald und ich. Zum Classic Grand Prix. Und wir sind das ganze Wochenende hier. Also zeigen wir euch auch ein bisschen was. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Schön. Da lockt das Herz. Da bleibt noch ein Lader. So. Noch ein 1.1.1.7. Das war ja 69. Das ist euer Neuer. Das ist ein Nordbau hier steht dran. Wo wir auf der Insel waren, ein ganzes Museum. Nur da voll voll. Ja. Die Chega lohnt. Macht's ja. Das ist ein Rennst отнош. Das ist ein RennstOUR. Der befindet sich immer genau bei uns. Und das ist ein Rennstück, der führte sich. Das ist ein Rennstück. Das ist ein Rennstück. Ich habe gleich ein Rennstück. Das sieht gar nicht so alt aus, gell? Nein, aber das sind ja alles auch schon alte Heimat. Ich glaube bis 1980 stand drin, von 1955 bis 1980. Keine Stimme. Wir haben die TKW in der Hand. Ja. Ja. Schöne Auge. Ja. 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 Er ist ja noch am besten abjahren damit. Müsst du mal irgendwo einen zahlen? Könntest du mal die Atos mit aufnehmen? Das ist natürlich was. So was hat nicht jeder. Da geht dein Herz auf, gell? Ja. Das glaub ich dir. Das werden die TKW in den Scheißdruck da gehen. Weil es die so oft gab. Oh gut, das sieht doch auch groß aus. Ja. Boah. Das war ja eigentlich. Ja. 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 Hier kommen jetzt Spender. Ja. Ja. Hier kommen jetzt die Spanner, wo wir sie auch drüben reinhalten. Das ist noch ein Knieler gespannet, den haben sie noch gekniet. Und hier liegen sie hier recht. Die haben wir doch im Brünner einmal gesehen. Wo ist die Fakette dran? Da ist sie nur 100 cm Platz. Da sind noch die BMW-Gespanne hier. Das wurde sie noch für Halbkraft gesetzt. Ja, ja. Die sind im Brünnen. Im Brünnen sind schon einmal die vorne. Ja, ja. Das sind die alten. Ja. Hier zieht keiner, die kommen wir mal dahinter. Ach, die werden... Das ist doch Werbung. Nee, ja. Das ist das größte Stadtbeziehturm. Das ist das große Ding. Ja, das ist doch. Ja, ich habe einen Legendären M3 Augustus. Mhm. Schön, ne? Ja. Neu ist überfüllt Ach so, hast du den Gießbett nicht mehr kaputt? Ja, 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 ja. Ja. Was ist das? Das ist das. Das ist der Zylinder hinter mir, man sieht es auch selbst. Hm. Das ist der Kursor ist auch unten direkt am Kuhre gehösel. Und wir sehen auch über das Kuhre gehösel. Nicht wie bei unserem normalen Motorrad. Oben im Zylinder. Ja. Ja, da steht ein Trabier. Die kann man mit der Hand durchhalten wenigstens. So zwei hier, wie die hier stehen, wollen wir in Erfurt kurz noch verwenden, dafür ein ganz kleines Geld als Rennmotorräder zu kaufen. Es ist ja nicht gedacht, die Motorräder zu kaufen, du musst es auch unterhalten können. So ein, was das ist ja nicht. So ein, was das ist ja nicht. So ein, was das ist ja nicht. Schöne DDR-Werbung noch auf dem Bollywood. Ja, ich weiß nicht, ob man fast um rüber zu kommen macht die auch noch eine Seite. Soll ich die Tunnel bevor die losfahren. Schön. Das ist doch Melkwiss, oder? Ja. Achso, da ist auch noch einer. Die kenne ich heute schon in Eisner auch. Die Melkwiss. Das ist nämlich Bruno. Steht drin. Ja. 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 Da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017